Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich sage Dankeschön, dass Du dich wieder eingeschaltet hast hier für Deinen Lebenskraft-Podcast. Ja, der enthält ganz viele wertvolle Impulse rund um das Thema Lebenskraft und ich rede hier in diesem Podcast über das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining, ja, wie Du mit Stress umgehst, wie Du wieder in Deine Balance kommst, aber eben auch, wie Du zurückkommst zur Anbindung an die stärkste Kraft in diesem Universum, nämlich an die Ursprungskraft. Heute möchte ich mit Dir über einen Stoff sprechen, von dem Du bestimmt schon mal gehört hast oder Du hast ihn konsumiert und dachtest vielleicht auch, hm, der ist doch eigentlich ganz gesund und die Rede ist von einem Zuckerersatzstoff, nämlich von Erythrit. Tja, und was die Forscher da rausgefunden haben über die neuesten Studien, das erzähle ich Dir gleich. Und um ehrlich zu sein, hat es mich auch ein bisschen geschockt, denn ich habe das auch nicht vermutet, denn wenn man mich gefragt hat noch vor ein paar Monaten, Kerstin, was kannst Du denn empfehlen, was gibt es denn für einen Stoff, den man ja konsumieren kann als Ersatz für Zucker, dann habe ich natürlich immer gesagt, das ist keine Alternative, man soll das komplett weglassen, aber es gibt ja so ein paar Hartnäckige, die wollen unbedingt dann irgendwie einen Tipp haben. Ja, und da war natürlich Erythrit auch eine Empfehlung, naja, weil Erythrit eben den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lässt. Aber das Ganze wurde jetzt in ein ganz schlechtes Licht gerückt und wie gesagt, ich werde Dir gleich etwas zu den neuesten Studienergebnissen dazu sagen und wir reden hier in diesem Podcast heute über diesen Zuckerersatzstoff und überhaupt über Leitprodukte, über Süßstoffe, ob das denn eigentlich Sinn macht. Ja, die meisten Menschen essen viel zu viel Zucker, das hast Du bestimmt auch schon mal gehört und dieser versteckte Zucker ist ja überall drin und ich habe mal wieder ein bisschen recherchiert hier für diesen Podcast und der Pro-Kopf-Verbrauch, ja, der hat sich im Jahr 2021, 2022 auf 35 Kilogramm Zucker pro Person in Deutschland beziffert. Ja, da sind Menschen dabei, wie ich, die essen überhaupt gar keinen Zucker. Ja, Du hast es richtig gehört. Ich war mal sehr Zucker- und Kohlenhydratabhängig, aber da gibt es ja viele Podcasts von mir, das habe ich schon ganz oft erzählt, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber diese Gier, die Lust und vor allen Dingen auch dieses Ding im Kopf, ich muss das jetzt essen, das ist komplett weg, zumindest bei mir und bei ganz vielen Kunden von mir, die sich eben auch einfach mal den Prozess, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber unterzogen haben und haben halt wirklich eine Kur gemacht, also einen Entzug gemacht von all dem ganzen Süßkram, dann wirst Du nämlich nicht nur vom Kopf her frei, sondern eben auch vom Körper frei und das tut unglaublich gut. Das heißt, die Menschen essen einfach viel zu viel Zucker. Und weil mittlerweile, glaube ich, jeder weiß, dass zu viel Zucker essen schlecht ist, sucht man natürlich nach irgendwelchen Ersatzstoffen. Viele Menschen greifen auf Leitprodukte zurück und ich bin immer wieder überrascht, auch auf meinen Seminaren, ja, auch auf meinen Vorträgen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die glauben, dass Süßstoff eine gute Alternative ist in Leitprodukten und dass der gesünder ist als der klassische Industriezucker. Nein, das ist ganz bestimmt nicht der Fall. Und bevor ich jetzt hier in diese Studienlage einsteige, ganz kurz nur der Süßstoff ist imstande, Deine Hirnschranke zu überwinden und knock genau da an und wir reden hier von allen Süßstoffen, wo Du in die Abhängigkeit kommst. Das heißt, Du hast die Gier nach Süß und zwar wird das immer mehr getriggert und diese Gier nach Süß, die hört einfach nicht mehr auf. Und gerade in Leitprodukten, ja, auch im Bioladen findest Du ganz, ganz viele Produkte, wo vielleicht nicht der künstliche Süßstoff drin ist, aber eben auch diese ganzen Zuckerersatzstoffe und die triggern natürlich Dein Süßgedächtnis und Du hast immer das Gefühl, mehr essen zu wollen und kommst einfach aus dieser Gier nicht mehr heraus. Aber ich gehe am Ende vom Podcast nochmal darauf ein und werde Dir natürlich wieder ganz tolle Empfehlungen geben, was Du tun kannst als Alternative. Nun, da gibt es eine ganze Menge Menschen, die wollen also auf Zucker auf gar keinen Fall verzichten. Und wie gesagt, Du musst auch nicht auf alles verzichten in Deinem Leben, Du musst nur clever sein und wieder im Gesamtpaket die Zusammenhänge lernen zu verstehen. Und dann ist es gar nicht so schwer und es wird viel, viel leichter und Dein Leben wird schöner und Du bekommst wieder einen gesunden, vitalen, tollen Körper mit einem richtig guten Fettstoffwechsel. Denn was auch ganz viele Menschen nicht wissen ist, selbst wenn der Blutzuckerspiegel nicht ansteigt, nach dem Konsum von diversen Zuckerersatzstoffen oder nach Süßstoffen oder wie auch immer, blockierst Du dennoch Deinen Fettstoffwechsel. Das liegt einfach daran, weil eben das Molekül vom Süßstoff oder von den Zuckerersatzstoffen sehr, sehr häufig so aussieht wie Zucker. Der Körper denkt, es wäre Zucker. Dein Blutzuckerspiegel geht zwar nicht nach oben, aber Du schüttest einen Sack voll Insulin aus und Insulin blockiert Deinen Fettstoffwechsel. Ja, also jetzt lasst uns mal drauf eingehen, was haben denn die Forscher rausgefunden? Aber bevor ich das jetzt sage, wirst Du Dir bestimmt die Frage stellen, okay, was ist denn Erythrit eigentlich wirklich? Und dieser Zuckeraustauschstoff, und das kannst Du Dir mal merken, der wird oft mit einer Nummer beziffert, und zwar mit E968. Ich wiederhole das nochmal mit E968, den sogenannten E-Nummern. Und dieser Stoff, der ist häufig in zuckerfreien Kaugummis. Ja, aber auch in kalorienreduzierten Lebensmitteln. Ja, da steht dann ganz, ganz Fett drauf. Ohne Zuckerzusatz. Naja, wenn man Zucker als Industriezucker bezeichnet, dann ist es vielleicht richtig. Aber es ist eben ein anderer Zuckerstoff, der da drin ist. Also die meisten Menschen glauben dann, das ist gesund und kaufen dann Lebensmittel, wo dick und fett draufsteht, ohne Zuckerzusatz. Das ist dann oft Gebäck, aber auch Konfitüren, also Marmelade, Süßwaren, Schokolade und so weiter. Ja, und die findest Du eben auch im Bioladen. Und wie ich das schon so oft hier im Podcast erwähnt habe, nicht alles, was Du im Bioladen findest, ist in dem Fall auch gesund. Es kommt nur aus ökologischem Anbau oder aus biologischem Anbau. Das war's. Also man muss natürlich schon ein bisschen nachdenken, draufschauen. Und wenn Du das Bewusstsein hast, mehr Lebenskraft in Deinen wunderbaren Körper fließen zu lassen und Du hast das Bewusstsein, die beste Version von Dir zu werden, dann musst Du natürlich auch im Bioladen einfach mal das Ding in die Hand nehmen, schaust hinten drauf auf Zutaten-Doppelpunkt und liest Dir genau durch, was ist da eigentlich drin. Ja, Erythrit, also um den Stoff, um den es jetzt hier geht, den findest Du auch in Käse auf natürliche Art und Weise, in Früchten, wie zum Beispiel Birnen, Weintrauben und Melonen. Aber da ist die Menge so gering und da ist das auch überhaupt gar kein Problem, da passiert auch gar nichts. Und deswegen hat die Industrie eins gemacht, die hat einfach den Zuckeralkohol, der da quasi drin ist, durch Gärung von Mais gewonnen. Also Du kannst Dir das so vorstellen, dass man wie so ein Staubsauger das quasi rausgezogen hat und hat das potenziert um ein Vielfaches erhöht, dass man dann eben auch ja diesen Stoff benutzen kann, um ihn in diese ganzen Produkte ja hineinzubauen, dass es eben richtig schön süß wird. Und wie ich es eben schon gesagt habe, ganz viele Menschen glauben in dem Moment, weil der Blutzuckerspiegel steigt in der Tat bei Erythrit nur ganz, ganz, ganz wenig an oder gar nicht, natürlich, dass es ja gut ist, weil wenn es wenig Kalorien hat und wenn der Blutzuckerspiegel überhaupt nicht ansteigt oder nur ganz minimal, dann muss das ja gesund sein. Ja, das hinkt aber, wie ich es eben auch schon erwähnt habe. Ja, und was haben die denn jetzt rausgefunden, diese Forscher, und zwar von der Cleveland Clinic. Und die haben herausgefunden, dass der Konsum von Erythrit massiv das Schlaganfall und das Herzinfarktrisiko erhöhen kann. Und die Ergebnisse haben sie auch veröffentlicht, und zwar in einem ganz renommierten Fachblatt, und zwar der Nature Medicine. Und dort findet man die komplette Studie, die schon ziemlich umfangreich ist. Und als ich mir die Studie angeschaut habe, habe ich echt nicht schlecht gestaunt, was die herausgefunden haben. Und wenn du es mal googeln willst, dann google einfach mal die Cleveland Clinic. Und derjenige, der diese Studie quasi, naja, geleitet hat, ist der Dr. Stanley Hazen, wird geschrieben, also H-A-Z-E-N. Und was der herausgefunden hat, das hat nicht nur mich, sondern, glaube ich, auch eine ganze Menge andere Menschen ein bisschen verwundert, um nicht zu sagen, mal kurzfristig für einen Moment geschockt. Ja, der hat erst einmal die Blutproben genommen von 1.150 Probanden, und die hat er ausgewertet. Und ich kann mir das gut vorstellen, weil der gute Doktor seinen Augen nicht trauen konnte, hat er dann weitere Blutproben genommen von mehr als 2.100 Probanden aus den USA. Und dann nochmal von über 830, ja, Probanden beziehungsweise Proben genommen von Europäern. Und das Ergebnis war, dass diese Erythrit-Werte, ja, die die Forscher in dem Blut nachweisen konnten, direkt mit einem erhöhten Schlaganfall und Herzinfarkt und einem frühen Tod im Zusammenhang stehen kann. Ja, und dann haben die noch Labortests gemacht, und zwar mit Tierversuchen oder in Tierversuchen. Und da haben sie jetzt herausgefunden, okay, der Grund dafür ist, dass Erythrit offensichtlich die Blutplättchen verklumpt. Das heißt, wenn dein Blut verklumpt, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, dann können eben Blutgerinnsel entstehen. Und diese Blutgerinnsel, die können dann eben dafür sorgen, dass gewerse Arterien zum Herzen oder eben auch zu deinem Gehirn verstopfen. Ja, und wenn die verstopfen, gibt es einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Und was mich dann in dem Zusammenhang wirklich geschockt hat, war, dass bereits nach dem Konsum von einem Erythrit-haltigen Getränk, und das kannst du jetzt übertragen auf einen Riegel, auf ein Stück Kuchen, auf deine selbstgemachte Marmelade, wo du Erythrit reinmachst oder was auch immer, stiegen die Erythrit-Werte im Blutmaßma bei acht gesunden Probanden für mehrere Stunden um das tausendfache an. Und jetzt kommt der Knaller. Ja, das Ganze, ja, das hielt über zwei Tage lang. Das heißt, diese Werte waren zwei Tage lang im Blut deutlich erhöht nach einem einzigen Getränk. Und ich kenne ja eine Menge Menschen, die machen dann ihre Muffins selbst, die backen dann irgendwie, naja, Kuchen selbst, im Übrigen auch für ihre Kinder, und die machen die Marmeladen selbst und, ja, alle möglichen anderen Geschichten und machen da Erythrit rein. Jetzt stell dir doch einfach mal vor, du konsumierst so etwas und du hast zwei Tage lang erhöhte Werte. Dass die Blutplättchen dann verklumpen, das haben die herausgefunden. Und dass die Gefahr, einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt zu bekommen, dadurch natürlich ansteigt, ist natürlich auch Fakt. Und die Frage, die du dir jetzt stellen darfst, musst du das denn machen? Gibt es denn wirklich eine Alternative? Brauchst du Leitprodukte, Ersatzstoffe? Naja, vielleicht fragst du dich das jetzt mal in diesem Moment. Denn ich habe natürlich eine Empfehlung für dich. Und die möchte ich dir wirklich ans Herz legen. Und wenn du die beachtest, diese Empfehlung, dann wird dein Leben schöner. Du wirst freier. Es geht dir besser. Und du brauchst diesen ganzen Zuckerersatzstoffkram nicht mehr. Und erst recht keine Leitprodukte. Also der erste Punkt ist mal der, du musst dich von der Chemie verabschieden. Chemie meine ich, diese richtigen Süßstoffe, die chemisch hergestellt werden. Die überwinden deine Hirnschranke. Du wirst davon abhängig. Und es gibt mittlerweile eine ganze Menge an Studien, da habe ich auch schon einen Podcast drüber gemacht, wo die Zusammenhänge zwischen Krebserkrankungen, ja, aber auch ganz vielen anderen Erkrankungen und Süßstoff nachgewiesen worden ist. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Mehr Lebenskraft bedeutet ein klares Nein zu Industrienahrung. Und da gehören Süßstoffe eben mit dazu. Und der Grund, warum Süßstoffe, das muss ich eben auch nochmal ganz deutlich betonen, auch so eine Katastrophe sind und eben auch diese ganzen Austauschstoffe, ist natürlich auch der, was sie in unserem Körper, neben dem Erythrit, was die Blutblättchen verklumpen kann, eben noch so verursachen. Und was ist denn jetzt die Alternative? Also Industrienahrung rausschmeißen. Und die Alternative besteht darin, und ich weiß, das ist jetzt schwierig, das magst du jetzt erstmal nicht hören. Aber gönne mal deinem Körper ein kleines Reset-Programm, einen kleinen Entzug. Und da bietet sich die Fastenkur total gut an, aber es bietet sich auch an, dass du mal für 14 Tage jegliche Form von Süß, aber damit meine ich auch die starkhaltigen Kohlenhydrate komplett rausschmeißt. Denn die triggern dieses Süßgedächtnis natürlich auch. Und dann geht es dir schon mal viel besser, weil das große Thema ist, dass du Rezeptoren in deinem Mund hast, die schmecken süß. Süßstoffe schmecken die, die schmecken Erythrit, die schmecken aber auch Stevia und die schmecken alles andere, was süß ist, eben auch. Und diese Rezeptoren, die bilden sich zurück. Das heißt, dieses Gefühl, du willst permanent mehr essen von Süß, wird deutlich weniger. Jetzt kommt der zweite Punkt. Wenn du das mal für 14 Tage weglässt, dann reagiert auch dein Dopaminzentrum nicht drauf. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du süß isst, reagiert dein Dopaminzentrum. Das ist das Belohnungszentrum. Und du denkst, oh, jetzt hast du dir mal was richtig Leckeres gegönnt. Also Dopaminzentrum einfach mal nicht mehr triggern durch den ganzen Süßkragen. Deine Bauchspeicheltrüse, ja, die reagiert eben auch auf diese Austauschstoffe. Warum? Weil, wie ich es schon gesagt habe, die denkt, oh, das ist Zucker. Denn es sieht ja aus vom Molekül her wie eben Zucker. Was macht die Bauchspeicheltrüse? Sie reagiert mit einer Produktion von Insulin, was wiederum deinen Fettstoffwechsel blockiert und zu einer ganzen Reihe von anderen negativen Faktoren führt. Und jetzt kommt der nächste Schritt, das ist dein Darm. Dein Darm als solches, deine Darmflora, das ganze Mikrobiom ist zu 80%, teilweise 90% für deine Vitalität, für deine Lebenskraft zuständig. Süßstoffe, Zuckerersatzstoffe, Industriezucker macht deine gesunde Darmflora krank beziehungsweise bringt sie in ein Ungleichgewicht. Da gibt es ganz, ganz viele Studien mittlerweile darüber. Das bedeutet, wenn du mal einen Entzug machst für 14 Tage und ja, damit meine ich nicht intuitives Essen, weil du wirst intuitiv immer zu dem Süßkram zurückgreifen, weil du davon noch abhängig bist. Und wenn du da mal einen Entzug gemacht hast und du hast einfach mal einen Zustand geschaffen, wo du stolz auf dich bist, wo du mal von diesem Kram für 14 Tage komplett runtergekommen bist und jetzt planst du dir clever an ein bis zwei Tagen in der Woche genau das, worauf du Lust hast in kleinen Mengen ein und das darf dann eben auch süß sein. Und dann isst du vielleicht, wenn dein Hieber so groß ist, ein kleines Stückchen Zartbitterschokolade, ja, ein ganz normales Stück Zartbitterschokolade, ohne irgendwelches Gedöns. Und dann ist der Drops gelutscht, wie man so schön sagt, ja. Das heißt, wenn du einen Entzug gemacht hast und deinen Körper langfristig auf eine gesunde Ernährung, auf eine gesunde Lebensumstellung programmiert hast, denn das ist der Schlüssel, dann kannst du natürlich noch deinen Lieblingsnachtisch essen. Du kannst natürlich auch mal ein Stück Zartbitterschokolade essen, aber nicht mehr jeden Tag. Sondern die Regel heißt 80-20 oder 70-30. 80 oder 70 Prozent konsequent zu sein, vitalstoffreiche, gute, nährende Nahrung zu dir zu nehmen, ohne irgendwelche Austauschstoffe. Und dann an den Tagen, wo du dir das einfach gönnst, zelebrierst du das. Und du zelebrierst das, am besten mit geschlossenen Augen, weil du dir einfach da das gönnst, worauf du Lust hast, und zwar in Maßen. Meine Message heute an dich ist die, du brauchst keine Angst zu haben, vor all den ganzen Sachen, die die Industrie da reinpackt. Du darfst clever sein. Und du bist so viel mächtiger, als du glaubst. Ganz ehrlich, du brauchst deine Zuckermarmelade nicht jeden Tag. Dafür kannst du das köstliche Bio-Photonen-Frühstück von mir essen. Dazu gibt es so viele Podcasts. Folge mir dazu auf Instagram. Schreibe mir gerne, wenn du dieses Rezept haben möchtest, an die office-at-gesund-mit-plan.de und dann bekommst du das. Du kannst morgens köstlich frühstücken, kannst die natürliche Süße in Früchten, ohne es zu übertreiben, wunderbar in deinen Körper fließen lassen. Du kannst so köstlich dein Mittagessen gestalten. Mein Mittagessen zum Beispiel war gestern. Meine köstlichen Linsenthaler mit einem leckeren veganen Dip dazu, einem großen Salat mit meinem Lieblingskäse, Cashewkäse mit Sprossen obendrauf und geröstetem Walnusskern. Da brauchst du nichts Süßes. Und wenn du dich umtrainierst langfristig, dann ist dieser Hieper nach dem Essen auch überhaupt nicht mehr da. Und auch wenn ich mir jetzt ein paar Feinde schaffe, sage ich dir das, was ich selbst, nicht nur bei mir, sondern bei ganz, ganz vielen meiner Kunden, bei meinen Seminarteilnehmern festgestellt habe. In dem Moment, wo du ganzheitlich an die Sache rangehst, du schaust dir deine mentalen Programme an, schaust dir deine Ernährung an, du bewegst dich wieder, du fängst an zu schauen, was stresst dich denn wirklich. Du beginnst mit Meditation, lässt die Ursprungskraft täglich durch dich durchfließen. In dem Moment, wo du ganzheitlich an die Sache rangehst, brauchst du auch nicht mehr dieses permanente Kompensieren durch Zucker und durch Essen. Und das macht dich frei, macht dich glücklich und schenkt dir wieder die Lebenskraft. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast an ganz viele Menschen teilst, die noch viele Zuckerersatzstoffe konsumieren, die viele Leitprodukte essen, die ja glauben, dass der ganze Gram auch noch gesund ist. Und vielleicht hast du den einen oder anderen, den du damit unterstützen willst. Schreibe mir gerne bei Instagram unter diesem Post einen Kommentar, wie dir dieser Podcast gefallen hat. Würde mich total freuen. Und als Dankeschön für eine schriftliche Bewertung, das heißt, du musst nur einfach bei iTunes auf die Bewertung klicken oder gerne auch bei Google, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, bekommst du gerne von mir ganz köstliche Rezepte, die dich in deiner Lebenskraft unterstützen. Mache davon einfach ein Screenshot, das heißt, fotografiere einfach deine Bewertung ab, schick das an die office-satgesund-plan.de und bekommst meine Lieblingsrezepte und mein köstliches Bio-Photonen-Frühstück, wenn du das noch nicht hast. In diesem Sinne nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin. Das Allerbeste für dich, zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020